Das ist hier mein Zug, wie ihr seht, ja. Wie ihr seht, fahre ich. Wow. Voll cool. Wie ihr seht, bin ich hier in Mainz. Ganz normal hier in Mainz. Jetzt ist es besser zu sehen, ob ich. Ja, genau, aber es geht halt so. Die ganzen Gegenden halt und so weiter. Was ist das? Was ist das? Wow, das ist cool.